Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 45. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punk-Rock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Storys präsentiert von eurem Host Benedikt Hain. Hallo und herzlich willkommen zum Outback Recordings Podcast. Mein Name ist Benedikt Hain und auf das heutige Gespräch habe ich mich lange gefreut, denn mein heutiger Gast ist jemand, bei dem ich schon mal zu Gast war. Das ist sozusagen ein Podcast-Kollege und in seiner Kernfunktion, sage ich jetzt mal, ist er aber Label-Betreiber, Label-Chef. Er betreibt Redfield Records, das ist ein sehr erfolgreiches deutsches Label, das, würde ich jetzt mal sagen, im Bereich Gitarrenmusik, harte Musik ganz vorne mit dabei ist. Und zwar nicht nur, was den Erfolg der Releases betrifft, sondern auch, was die Innovation und den Mut, sich neu zu erfinden und neue Dinge zu probieren. Auch da sind sie meiner Meinung nach ganz vorne mit dabei, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Und da gibt es jede Menge spannende Dinge zu besprechen. Ich freue mich jetzt, den Spieß umdrehen zu dürfen und begrüße ganz herzlich Alexander Schröder von Redfield Records. Hi Alex. Servus, vielen Dank für die Worte. Ich bin quasi schon förmlich errötet über dieses viele Lob. Es entspricht nur der Wahrheit. Super, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass das heute klappt. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wo ihr gerade so steht, Label-mäßig, ohne jetzt nochmal groß dieses ganze Corona-Ding aufrollen zu wollen. Das haben wir jetzt zur Genüge in allen Podcasts, glaube ich, durch. Aber trotzdem interessiert es mich auch bei dir ganz speziell natürlich, wie es euch gerade geht jetzt, wo das Ganze schon ein paar Wochen, Monate her ist und wie gerade die Situation bei euch ist. Tatsächlich ist die Situation bei uns jetzt gar nicht so angespannt wie in anderen Gewerken, sage ich mal, oder vielleicht auch bei anderen Labels. Wir hatten für dieses Jahr eh ein sehr ruhiges Jahr oder eine sehr ruhige erste Jahreshälfte, wo wir vielleicht so, sage ich mal, ein bisschen unsicher waren, ob das so der richtige Schritt ist. Im Nachhinein, toi toi toi, hat sich das natürlich herausgestellt, dass das irgendwie jetzt von großem Vorteil irgendwie war. und von dem her sind wir jetzt gar nicht so hart getroffen, muss ich gestehen. Also der digitale Backkatalog ist natürlich, oder die Verkäufe sind generell runtergegangen, das merkt man schon, aber wir haben schon auch insbesondere durch den digitalen Backkatalog immer noch so viel Puffer, dass wir stand jetzt eigentlich glauben, dass wir jetzt relativ gelassen, sage ich mal, so vorangehen können und eher so dann jetzt auch unsere Energie darauf verwenden können, zu gucken, wie es anderen geht und denen helfen. Und also so ist gerade die Situation eigentlich. Da bin ich sehr erleichtert und das freut mich natürlich und klingt gut erstmal. Viele leiden ja gerade ziemlich, aber das ist das, was ich meinte, auch mit Innovation und ja, sich neu immer wieder erfinden und auch Trends nicht zu versäumen. Das merkt man bei euch schon ganz deutlich. Du hast diese Umstrukturierung schon ein bisschen erwähnt. Was ist da so im letzten Jahr genau passiert, also noch vor dieser ganzen Zeit? Was habt ihr da gemacht, was euch damals unwissentlich jetzt auch zugute kommt? Ja, also es ist halt natürlich schon immer so, dass wir natürlich versuchen, einfach effektiv zu arbeiten. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, sage ich mal, so krankhaft ehrgeizig, sondern einfach, dass man guckt, wie kann man seine Zeit eigentlich am effektivsten nutzen und auch so die Organisation so effektiv aufstellen, dass sie extrem schlagkräftig und flexibel ist und eben nicht so viel Personal intern benötigt. Es ist schon so, dass wir eigentlich versuchen, also das ist aber auch nach wie vor unsere Prämisse von schon seit Jahren eigentlich, dass man sagt, Klasse statt Masse. Und dass man dann lieber guckt, so mit wem kann man weiterhin langfristig zusammenarbeiten und dann nicht wieder was Neues ständig anfangen. Und darüber hinaus, du hattest es ja eingangs gesagt, seit September gibt es einen Redfield-Podcast, das ist natürlich auch ein großes oder ein Herzensprojekt quasi. Solche Dinge, die passieren dann halt auch noch. Also von dem her war das schon sehr bewusst so gewählt, dass wir gesagt haben, ey, wir machen mal auch ein bisschen ruhiger ein paar Monate, um auch einfach mal so nach links und rechts gucken zu können, um solche Dinge anzustoßen und zu gucken, wie sind Arbeitsschritte und Strukturen, die man dann überdenken kann unter Umständen auch, ja. Du sprichst ja gerade von deinem Podcast auch. Bei dir geht es ja im Podcast hauptsächlich auch um so diese geschäftliche Seite, also um das Musikgeschäft. Daran seid ihr ja tätig, das ist ja auch, was Redfield macht. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt wenn man mal rein auf die Zahlen und auf das Geschäftliche schaut, so als Außenstehender, Nicht-Label-Betreiber oder auch, ich denke, viele Musiker, die zuhören, werden sich das vielleicht auch fragen. Kann man denn überhaupt rein digital oder hauptsächlich digital ernstzunehmende Einnahmen erzielen? Oder wie muss man sich das vorstellen? In welchem Rahmen muss man da Platten verkaufen oder Streams oder Downloads, dass das überhaupt sich trägt? Naja, erstmal das ist so, das ist ja auch eine Prämisse, an der ich schon eigentlich seit ewig glaube, wer halt lange bleibt, also für den zahlt sich das am Ende von aus. Und es gibt es seit 2001 und irgendwann kommt natürlich dann auch einfach der Fall, dass sich der Backkatalog einfach, dass der so groß ist, solche Einnahmen generiert, dass es danach wirklich dann so ein Backup immer ist. Also das muss man schon so sagen. Also wir haben ja jetzt irgendwie, wir steuern jetzt so auf Release 150 grob zu und das ist halt einfach dann halt schon ein Schwung an Songs, an Alben, an Veröffentlichungen. Das wird halt, und selbst wenn sich dann jedes Einzelne nur ein bisschen dreht, hast du halt dann irgendwann halt einfach die Masse. Ja. Ich meine, letztendlich dreht sich dann, das ist ja diese Diskussion, die man immer sieht, dann dreht sich es halt weg, dass Downloads weniger werden und Streamings mehr. Das gleicht sich dann am Ende vielleicht aus oder wird mehr oder wie auch immer. Ich war halt auch nie der Typ, der irgendwie auf solche Dinge geschimpft hat und kann die Entwicklung ja auch nicht aufhalten. Und dann sollte man lieber versuchen, das Beste so daraus zu machen. Und ich fand es halt immer eigentlich, ehrlich gesagt, auch von Anfang an gut. Und ja, also wir profitieren definitiv gerade davon. Also das ist ja definitiv auch zukunftssicher jetzt aktuell. Definitiv. Ich finde es auch super, dass du das so sagst. Das machen nämlich nicht viele. Und generell herrscht ja immer so dieses, ja, es ist ja sehr, sag ich mal, viele Leute sind es ja schon gewohnt eigentlich, dass man so in Musikerkreisen oder dass die Leute halt schimpfen auf Spotify und Streamingdienste und dass das alles ganz schlimm ist und dass alle doch bitte noch Platten kaufen sollen. Und ich kann das verstehen als jemand, der gerne einfach Platten im Regal stehen hat, immer noch. Und der dieses Medium einfach gerne mag. Aber ich habe auch, ich gehöre auch zu dieser Gattung, die da noch nie drüber geschimpft haben einfach, weil ich es immer als große Chance für Musiker, auch für Künstler gesehen habe. A, als Promotion-Tool. B, als einfach Weg, seine Musik zu veröffentlichen, selbst ohne Label. Das war, was früher einfach nicht möglich war. Also man kann ja auch heutzutage Gatekeeper umgehen, die es früher einfach gab, sag ich jetzt mal. Und auch als Label, wenn man das kreativ nutzt und gut nutzt, ist es ja erstmal per se nichts Schlechtes so. Aber wie gesagt, das Sagen sprechen nicht viele aus. Es ist immer eigentlich eher so der normale O-Ton der meisten Leute, ist ja immer, dass Spotify und alle Streaming-Dienste ganz, ganz böse sind. Ja, also dem kann ich mich einfach nicht anschließen. Also das sehe ich nicht. Also das gibt es über die GEMA, das gibt es über Amazon. Und natürlich haben viele dieser genannten Organisationen auch ihre Schwächen oder ihre schlechten Seiten. Und das schließt wahrscheinlich jeden von uns irgendwie ein, dass es Schwächen gibt in jeder Organisation. Aber trotzdem, also naja, man muss halt einfach nur die Augen aufmachen. Also es ist ja auch letztendlich kein Wunschkonzert hier. Und man muss einfach die Dinge dann so für sich nutzen, wie sie da sind. Also du kannst halt jetzt auch nicht hergehen und sagen, Amazon ist für mich nicht existent. So oder Spotify. Das wäre ja einfach kein guter Geschäftssinn, würde ich mal so sagen. Und letztendlich als Unternehmen, klar, irgendwie haben wir so diese Liebe zur Schallplatte und zum Produkt. Wir gestalten unsere Produkte auch immer sehr aufwendig und sehr liebevoll. Aber am Ende darf man ja auch immer nicht vergessen, so wenn du es jetzt mal rein runterbrichst aufs Unternehmerische so. Ich habe immer von jedem Release, wenn es schlecht läuft, einen Haufen Tonträger hier im Lager stehen. Das heißt, das musst du halt alles handeln, durch die Gegend schippen. Und wenn du es halt digital vertreibst, hast du das halt dann auch nicht. Also das darf man auch immer dann auch nicht so ganz vergessen. Klar, das Haptische geht weg. Da werden mich jetzt viele für dann vielleicht steinigen, wenn ich das so sage, aus internehmischer Sicht. Ist das Digitale natürlich letztendlich genial. Und aus Liebhabersicht, klar, die Schallplatte. Aber wie gesagt, da kommen wir ja auch her, das sind wir ja auch. Und deshalb fahren wir ja so zweigleisig. Eben, ich wollte gerade sagen, das schließt sich ja auch nicht aus. Ich meine, letztlich entscheidet ja sowieso der Hörer, was gemacht wird. Wenn jetzt alle aufhören zu streamen und zu downloaden und nur noch Platten kaufen, dann macht man halt das. Also letztlich hat es ja der Hörer selber in der Hand. Und es wird ja nach wie vor die geben, die die Platten herstellen und die, die das digital zur Verfügung stellen. So, das muss sich ja nicht ausschließen. Ja, aber das ist ja ein guter Punkt, ne? Weil es geht da wirklich darum, ich gebe ja nicht die Richtung vor, sondern die Richtung gibt auch nicht Amazon vor. Weißt du, die Richtung gibt der Konsument vor. Ja. So, der Konsument bestellt bei Amazon was so Einfaches, weil es dieses Angebot gibt. Und nicht, weil Amazon ihn dazu zwingt. Das ist ja komplett falsch. Und das darf man dabei immer nicht so ganz außer Augen verlieren. Ja, das sehe ich genauso. Es wäre zwar wünschenswert, wenn eines Tages ein bisschen mehr auch ausgeschüttet werden würde von Streaming-Diensten. Man darf aber bei der Diskussion natürlich auch nicht vergessen, dass Spotify ja jahrelang, ewig lang selbst überhaupt nicht profitabel war. Das heißt, die konnten ja gar nicht recht viel mehr ausschütten, als sie bisher gemacht haben. Jetzt hat sich das geändert in letzter Zeit. Jetzt kann man hoffen, dass das irgendwann auch weitergereicht wird an die ganzen Künstler und Labels. Aber das ist auch so ein Punkt, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, da war gar nicht echt viel mehr zu holen, wenn man mal ehrlich ist. Ja gut, das ist wieder wahrscheinlich ein Thema für ein nächster Podcast. Die Bezahlung, also definitiv. Aber auch da, ja klar, kann immer mehr sein, definitiv. Aber andererseits, ich sehe es ja auch so, eine Schallplatte kann ich einmal verkaufen, wenn ich aber ein richtig gutes Album habe. und das hört sich jemand mal und mal und mal und mal an, dann verdiene ich erst mal beim Streaming mit. Wie gesagt, das ist dann am Ende. Und der Einstieg ist natürlich viel einfacher. Also von dem her, ja, das ist jetzt einfach so die Realität. Ja genau. Nein, ich finde es super. Ich wollte es nur deswegen ansprechen eben, weil ich habe dieses Statement gelesen, was mir sehr gefallen hat, dieses analoge Liebe für das digitale Medium. So steht es sinngemäß auf eurer Website. Ich finde einfach bei euch, bei allem, was ihr tut, merkt man halt einfach, klar, den Geschäftssinn und die Innovation und so, aber natürlich auch die Leidenschaft, die auch beim Wechsel ins Digitale überhaupt nicht verloren gegangen ist. Und wie du schon sagst, nicht nur die Masse, sondern die Klasse der Releases ist immer noch entscheidend. Auch den Wert, den man halt mit so einem Release mitverkauft an die Hörer. Und das versucht ja auch in der digitalen Domäne natürlich total weiterhin zu betreiben und umzusetzen. Und das finde ich eben mega bemerkenswert, weil man bei euch, wenn man sich das so anschaut, auch nicht den Eindruck hat, dass dieses digitale Medium jetzt ein minderwertiges Wegwerfprodukt ist, sondern da steckt genauso viel Leidenschaft drin, auch in der Promotion und allem, was ihr macht, wie bei einer Platte. Und das finde ich eben schön, dass sich das nicht ausschließt. Ja, danke. Danke, das freut mich zu hören, dass das so wahrgenommen wird. Erzähl mal kurz deine Geschichte vielleicht, kurz wie du zu Redfield gekommen bist. Weil was mir nicht bewusst war, war ja, dass du gar nicht von Anfang an dabei warst, sondern Redfield gab es ja kurz vorher, glaube ich. Und dann hast du irgendwann so das Ruder übernommen, glaube ich. Aber erzähl selber, wie waren deine Anfänge? Die Geschichte war relativ simpel. Also ich komme ja hier aus dem Osnabrücker Land, zwischen Osnabrück und Bielefeld, aus Melle. Und im Grunde bin ich dann irgendwann auch mal hier weggegangen, um ein Praktikum und dann eigentlich weiterführen, direkt eine Ausbildung zu machen. Weil ich eh in dem Betrieb gewesen wäre. Also ich habe bei Starcult Promotion gearbeitet und habe halt Promotion gemacht für das Label Epitaph zum Beispiel, für Tom Waits, für das Label von Steve Vai, also auch durchaus so größere Sachen. Genau, habe da halt auch vom Praktikum eigentlich relativ schnell dann halt so Head of Radio und Online-Promotion übernommen und war halt dann so ein bisschen in diesem... Also es war für mich dann so ein bisschen die Frage nach der Sicherheit. Ich hätte da ganz normal weiterarbeiten können. Ich war halt auch noch relativ jung, so Anfang 20. Und dann war eigentlich so die Frage, sag mal, wenn du jetzt eh die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich hier bleibst, dann mach da irgendwie eine Ausbildung direkt mit. Und dann habe ich die Ausbildung zum Kaufmann für die Audiovisuelle Medien quasi nebenbei mitgemacht. Und dort habe ich dann quasi den Kai Rostock kennengelernt, der damals mit seiner Band That Very Time I Saw, das war eine Emu-Core-Band, die so recht führend so in diesem Genre war, in dieser Nische, der war mit seiner Band echt viel unterwegs und die haben quasi ihre erste EP selber veröffentlicht unter dem Namen Redfield Records. Und so entstand das. Und dadurch, dass die viel unterwegs waren, hatten die natürlich auch viele Kontakte und haben dann so die ersten Releases gemacht. So wie gesagt, also Redfield Records ist ja letztendlich dann eigentlich auch so aus einer Band entstanden und aus dieser Band denke. Wir haben uns da kennengelernt in einer Berufsschule und haben halt total schnell festgestellt, also wir sind nicht nur Freunde geworden, sondern wir haben halt auch wirklich festgestellt, dass wir total gut zusammen arbeiten können. So und dann bin ich einfach damit zugekommen, weil mich das interessiert hat. Und dann haben wir uns quasi, ja, dann haben wir halt tagsüber gearbeitet oder waren in der Berufsschule und haben quasi, wenn es dunkel wurde, zu Hause gehockt und Redfield gemacht, so bis wir ins Bett gegangen sind. Und das war eigentlich der Anfang von dem, wie es sich dann später entwickelt hat. Ja, krass. Also auch die Leidenschaft einfach von Anfang an und dann einfach, ja, nichts anderes gemacht hat und dann hat es sich zu dem entwickelt. Was waren so für dich die einschneidendsten Momente, wo ihr euch neu erfinden musstet oder selbst gedacht habt, so jetzt wird es Zeit, was neu zu machen in der Zeit. Also was gab es so Fixpunkte, so Meilensteine, die du besonders in Erinnerung hast in der Zeit? Also in der Anfangszeit gab es definitiv den Meilenstein, dass man, also wir sind ja wirklich bei, wirklich ganz Null angefangen. Also damals war ja dieses Thema Webshop auch noch gar nicht so richtig am Start. Und da ging es dann auch wirklich darum, wie veröffentlicht man eigentlich Musik und vertreibt man Musik? Und wir hatten ja keinen Vertrieb. Und ich weiß noch, das erste Mal, damals mit der Band Feiern, die Etik, das war damals eine Band mit der ersten EP, da merkte man schon, irgendwas tut sich da. Da haben wir dann quasi, oder so mein Part war immer so ein bisschen der Verkaufspart, also ich habe diesen Distro-Part übernommen. Jetzt gar nicht so, dass ich auf irgendwelchen Shows rumgelaufen bin, sondern wirklich zu gucken. Damals hat man ja noch Tonträger getauscht mit anderen Labels, dass man dann versucht hat, in irgendwelche Mailer zu kommen. Und dann war das das Erste, dass wir relativ schnell dann bei Green Hell und bei Flight 13 reingekommen sind. Das war ein absoluter Meilenstein, fand ich so. Also da waren wir richtig krass froh. Und dann haben wir ja dann auch relativ zügig danach einen Vertriebsstil mit Cargo gemacht, mit Cargo Records. Und das waren halt total Meilensteine, weil sich die Sache dann relativ schnell ja auch professionalisiert hatte. Also dass man dann auch wirklich dann anfing, sich einen EAN-Code zu beschaffen und so. Also ich weiß natürlich auch noch, das ist eher so ein emotionaler Moment, also wo man dann halt auch feststellt, da weiß ich noch, da bin ich am Sonntag dann zurückgekommen und komme aus der Heimat nach Düsseldorf und habe Radio gehört auf 1Live, also WDR 1Live. Das ist ja quasi der Jugendsender für alle, die jetzt woanders herkommen. Und da gab es, ich glaube Heimatkult, heißt sie oder hieß sie. Und da lief dann ein Song von uns. Und dann habe ich Kai damals auf dem Handy angerufen und meinte, ey, mach anders Radio, das ist total krass, was hier gerade läuft. Und ja, das sind so Sachen, die vergisst man dann nicht. Also so Kleinigkeiten. Und das waren schon so, denke ich, die Meilensteine und dann das quasi erste Album von Feiern derartig, das war auch nochmal eine richtig große Sache für uns. Auch dann gerade im Hinblick mit dem Vertrieb. Ich weiß nicht mehr, was der ja dann an Erster Order hatte. Aber da merkte man, das zieht an und da musste man sich dann auch schon in gewisse professionelle Strukturen begeben. Woran machst du es fest, dass ihr da so Erfolge feiern konntet und dass eure Platten, eure Bands erfolgreich sein konnten und auch dann lange geblieben sind bis heute? Am Ende ist es ja so, den Erfolg, den machen ja in erster Linie nicht vielleicht wir, sondern die Bands. Also die Bands müssen ja erstmal gute Musik machen. Und dann glaube ich natürlich schon an diesen Effekt, dass das vielleicht nicht in letzter Instanz reicht, aber ich glaube halt schon daran, dass eine Band, die sehr gute Musik macht, am Ende sich in irgendeiner Weise durchsetzen wird. Und ich glaube halt, von Anfang an war unser Part eigentlich immer, dass wir dann geschafft haben, so diese ganzen Assets so zusammenzubauen, dass es quasi einfach noch eine Stufe größer werden konnte oder weiter oder besser auch vielleicht zum einen. Zum Beispiel, weil man ja durchaus auch Bands dann in gewissen Fragen berät. Das ist so der eine Punkt. Wir haben immer versucht, sehr genau zu arbeiten. Wir haben immer versucht, sehr engagiert zur Arbeit, dran zu bleiben. Und das sind, glaube ich, schon einfach Dinge, da wirst du langfristig mit Erfolg haben, egal in welchem Bereich du arbeitest. Und was ich halt auch vorhin sagte, also je länger du dran bleibst mit diesem Ethos, also irgendwann wird es sich halt auszahlen. Also ich glaube halt nicht unbedingt so an dieses, ja, dann haben sie halt Glück gehabt, sondern ich glaube halt eher, dass man das so definieren kann, wenn man halt so lange dran bleibt, dann bist du halt irgendwann einfach tatsächlich mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist für mich dann nicht unbedingt immer so dieses Glück, sondern das ist einfach so ganz harte Arbeit eigentlich. Total. Und das sind so wahre Worte. Das gilt nämlich für viele Bereiche des Lebens so. Das gilt auch für viele Bands und Künstler, die vermeidliche Übernachterfolge sind. Und wenn man dann genauer hinschaut, steckt da was ganz anderes dahinter und eben oft meistens jahrelange Arbeit. Und wenn man dann eines Tages zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dann macht es ja einen Unterschied, ob man für diesen Moment am richtigen Ort vorbereitet ist oder nicht, weil... Ja, exakt, genau. Dass du dann weißt, was zu tun ist. Genau, weil diese Möglichkeiten öffnen sich ja vielen Leuten, man merkt es vielleicht nicht zwangsläufig, aber jeder hat im Leben irgendwann mal Möglichkeiten oder eine offene Tür vor sich. Aber wenn man eben die Jahre lang die Arbeit reingesteckt hat, dann kann man das wahrnehmen in dem Moment und weiß, was zu tun ist oder eben nicht. Oder man sieht die Möglichkeit vielleicht gar nicht. Ja, das sehe ich auch so. Total. Nach welchen Gesichtspunkten habt ihr denn immer so eure Bands ausgesucht oder wo kam euer Gespür her, welche Band oder welche Platte funktionieren kann? Worauf kommt es euch da an? Ja, tatsächlich ist es halt wirklich so, es muss uns gefallen. Also das ist eigentlich das allerwichtigste und erste Kriterium. Also wir müssen dafür brennen. Also wir müssen uns total abfeiern. Und also deshalb machen wir ja auch Indie-Label, weil wir uns ja durchaus auch rausnehmen, dann Sachen zu machen, wo man dann vielleicht ahnt, naja, da wird jetzt nicht die breite Masse drauf anspringen. Oder seien wir ehrlich so, ich meine, was wir machen, spricht ja definitiv auch keine breite Masse an. Also von dem her kann ich das natürlich schwer beantworten. Letztendlich ist es so, wie gesagt, wir müssen da halt Bock drauf haben, Leidenschaft für haben, weil nur dann, denke ich ja auch, kannst du einfach auch alles dafür geben. Und dann kannst du halt diese Band, diese Veröffentlichung auch so weit pushen und die ganzen Ideen reingeben. Und natürlich musst du dann auch auf gewisse Dinge achten beziehungsweise lernst dann ja auch einfach, dass es ungemein schwieriger ist, einen Newcomer aufzubauen, sag ich jetzt mal übertrieben, der noch nie eine Show gespielt hat, dass das natürlich deutlich schwieriger ist, als eine Band zu signen, die jetzt schon seit drei Jahren irgendwie unterwegs ist. Das ist ja auch Fakt. Wenn du sagst aufbauen, seht ihr euch dann schon auch so ein bisschen über das reine Plattenherstellen und Vertreiben hinaus, auch als jemand, oder als Label, das Aufbauarbeit und Promoarbeit leistet? Definitiv. Also ich hatte ja gesagt, wir kommen ja quasi aus einem Band-Background. Wir alle wissen, alle, die eigentlich so von Anfang an mit dabei waren oder auch jetzt dabei sind, wissen alle, was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen. Und wir kommen definitiv, also diese Denke, trotz der Tatsache, dass wir quasi auf der anderen Seite, also vom Schreibtisch sozusagen sitzen, wissen wir ja, wie sich das anfühlt und was das so bedeutet. Und wir waren eigentlich immer schon, glaube ich, das Label, das einfach Bands aufgebaut hat. Und wir sehen eine Band eigentlich immer oder eine Veröffentlichung immer ganzheitlich. Also wir denken halt, dass wenn wir nicht alles wissen und an alles denken, dann macht das halt wenig Sinn. Weil wenn du bestimmte Komponenten übersiehst, dann kannst du entweder weniger rausholen oder hast weniger Möglichkeiten und kannst natürlich auch weniger formen. Also so würde ich das beschreiben. Ich finde es halt wirklich immer bemerkenswerter, wenn man dir so zuhört eigentlich, weil man nimmt euch so, also ich zumindest, nehme euch so als sehr modernes Label wahr, als sehr, also das, es wirkt alles sehr durchdacht, seriös, sage ich jetzt mal, modern, sieht aus wie ein funktionierendes, also es ist ein funktionierendes Geschäft, also es ist halt nicht so, es gibt ja so manche Labels, die nicht weniger toll sind. Es gibt ja viele Labels, die man halt auch wirklich so als reine Leidenschaftsprojekte auch wahrnimmt, wo viel DIY auch rüberkommt, so vom ganzen Vibe her und wo man einfach, ja, was man halt so als Liebhaberprojekt eher so sieht und bei euch ist es so ein sehr professionell aufgestelltes Ding, das wirklich was hermacht, aber wenn man jetzt so mit ihr spricht und wenn man so genauer nachliest, auch auf euren Seiten, dann ist es halt das Gleiche, dann ist dieses Dafürbrennen und dieser Band-Background und sowas, der ist da halt genauso drin, nur es ist halt professioneller aufgemacht, so sage ich jetzt mal, als manche andere. Ja, aber das ist ja so, ich meine, ich denke halt so, wenn man ja Dinge macht, dann muss man es richtig machen, so und natürlich kann man dann auch lachen und Spaß haben, aber am Ende musst du das seriös durchziehen, so. Ich meine, wir haben das ja nie, wir haben das ja nie gelernt, so, also uns hat niemand gesagt, wie man ein Label macht, wir haben es einfach immer so gemacht, wie wir meinten, dass es richtig ist, weil du auch eben fragtest, was man so genau macht und ich würde mal behaupten, auch, wir haben auch nie gelernt, wie man Bandmanager ist oder so und aber ich glaube schon, dass wir teilweise immer wieder auch Dinge machen für Bands oder mit Bands, wo man sagen, wo manche vielleicht sagen, so, ja, das muss aber ein Manager machen und das wäre für uns auch nie so, da verschwinden und bei uns die Grenzen halt so komplett, also es gibt so viele Beispiele, also letztendlich geht es auch wirklich darum, eine Band so ganzheitlich zu sehen, dass sie zum Beispiel einfach auch keine Sorgen hat, ne, also wenn eine Band in bestimmten Bereichen zum Beispiel große Geldsorgen hat, dann wird die nie, nie die Leistungen bringen können oder so frei sein, dass das alles irgendwie gut ist oder dann wirst du auch nie kreativ gute Leistungen bringen wahrscheinlich und diese Komponenten gehören alle für uns dazu, uns da um die Band zu kümmern auch. Finde ich total super diesen Ansatz, weil da sagst du was Wahres, weil dann hat man vielleicht auch nicht dieses, gibt ja dieses Klischee so, dass Bands so vom Label eher so gegängelt oder unterdrückt werden und nicht mehr frei tun dürfen, was sie wollen und so weiter und so, du betonst gerade genau das Gegenteil, dass ihr wollt, dass die Bands kreativ sein können und sich entfalten können und auch wirklich die geilste Musik halt einfach machen können dadurch und das ist eigentlich genau der richtige Ansatz und wir sind natürlich auch im Indie-Label-Bereich hier, das ist ein bisschen was anders vielleicht als jetzt bei so manchem Major, aber man merkt einfach, dass man diese Professionalität mit der Leidenschaft verbinden kann. Jetzt habe ich bei euch entdeckt, dass ihr, und das war mir auch gar nicht so bewusst, ihr macht ja nicht nur die Redfield-Releases, die mir alle im Begriff waren, ihr wagt euch ja auch so ein bisschen andere Gefilde vor, aber was hat es denn mit Kursaal auf sich, das ich auf eurer Website entdeckt habe? Also wenn man sich die Geschichte von Redfield Records anguckt, dann sieht man, dass wir nicht immer nur für eine Musikrichtung stehen, auch wenn vielleicht bestimmte Bereiche erfolgreicher, deutlich erfolgreicher sind oder waren als andere. Wir haben immer auch gewisserweise Indie, Indie-Rock oder wie auch immer gemacht und wir sind eigentlich als Typen ja auch vom Musikgeschmack total vielseitig und wir hatten eigentlich immer auch so den Wunsch, uns auch vielseitig darzustellen und vielseitig auch Musik zu machen oder uns professionell sozusagen mit der Musik zu beschäftigen. Es stellte sich dann natürlich aber auch irgendwann heraus, durch diese Fokussierung oder diesen Erfolg, dem ganzen, ich sage mal, Metal-Core, harte Musik, kannst du nicht einfach noch eine Indie-Foog-Band machen auf dem Label? Das wird halt, also das wird der Marke sozusagen, wenn wir jetzt so sagen, jetzt überhaupt kein, also das wird für niemanden Sinn ergeben. Für die Band nicht, für uns nicht, es würde einfach nur alle verwirren und im Grunde genommen hatten wir immer schon die Idee oder hatten wir eigentlich den Wunsch, sowas zu machen und wussten nie so richtig, hundertprozentig wie, bis wir dann eigentlich so anfingen, uns mit diesem Gedanken anzufreuen, dass wir vielleicht nochmal so ein Sub-Label dazu machen. Im Grunde genommen ist Kursal ein Sub-Label und der Auslöser, warum wir das jetzt dann auch gemacht haben, war eigentlich, dass wir hier in der Gegend eine extrem talentierte oder eine extrem gute Band haben, die nennt sich Von Weiden und die machen halt so Indie-Foog und das sind halt zwölf, maximal zwölf Leute, die kommen wirklich aus dem gleichen Dorf, das muss man auch dazu sagen, also wo hast du das mal, dass sich zwölf Leute so finden und wirklich hammergute Musik machen? Man kennt sich natürlich eh schon hier in der Gegend lange und es war eigentlich immer so, dass ich gedacht habe, Mann, da müsste man irgendwie, ich würde denen halt gerne helfen, ich würde da gerne mehr machen und dann wurde das so ein bisschen konkreter und dann haben wir eigentlich so den Schalter umgelegt und gesagt, komm, wir haben ja noch was in der Schublade, wir machen ja jetzt noch ein Sub-Label und wir betreuen die Band, in erster Linie diese Band, auf Kursal und nehmen uns dann so ein bisschen das als Tool, sage ich mal, oder als Namen, um die Möglichkeit zu haben, auch so ein bisschen außergewöhnliche Sachen, sage ich mal, zu machen, was irgendwie so ein bisschen Indie, ein bisschen außergewöhnlich ist. Wir haben darüber ja auch eine Indie-Band aus Los Angeles gemacht, die auch sehr, sag ich mal, arty unterwegs ist oder mit Mirko Witzki haben wir zusammengearbeitet, der hat ein Video, also Filmemacher letztendlich, der viele Musikvideos auch gemacht hat, mit dem wir auch schon eine Dokumentation von einer unserer Band realisiert haben und der hat einen Kurzfilm gemacht und die haben wir da auch veröffentlicht auf Kursal. Also das ist halt total schön, sich dann über das Label sozusagen halt auch nochmal jetzt so da zu verwirklichen, wenn du so willst. Okay, also spiegelt auch euren eigenen Musikgeschmack dann einfach ab, also wieder der, der sich nicht nur im Metalchor jetzt abspielt praktisch. Ja genau, also es ist ein weiterer Teil, also letztendlich, wir sind total divers, was das angeht. Jetzt gibt es aber so ein Zwischending noch, wo ihr dann doch ja unter dem Label Redfield euch ein bisschen in eure Gefilde auch gewagt habt, mit Sachen wie Marathon machen oder Alex Mova-Gängen. Ich meine, das ist harte Gitarrenmusik im weitesten Sinne, aber es ist jetzt nicht irgendwie moderner Metal, sondern es ist deutschsprachig und deutlich rockiger, sag ich jetzt mal, als vieles andere, womit ihr zuerst erfolgreich wart. Wie kam es dazu? Zu den beiden, konkret zu den beiden Bands. Ja, und überhaupt zu diesem, dass ihr sagt, sowas wollen wir auch trotzdem unter dem Label Redfields machen, das passt da schon rein oder das machen wir jetzt einfach mal. Ja, also das ist definitiv halt auch so, was ich sagte, dass wir im Grunde genommen solche Bands immer auch dabei hatten, letztendlich, wenn man sich das genau anguckt. Also das ist ganz klar. Also das ist schon für mich dann diese harte Rockmusik in Anführungsstrichen, die passt da einfach für uns rein. Vor allen Dingen ja auch, das ist ja auch immer nicht so ganz unerheblich, von den Typen mehr. Also das ist der Background von diesen Musikern. Also die passen da total in unsere Redfield-Family rein. Also ohne Frage. Ja gut, wir brauchen da gar nicht dazu sagen. Das stimmt. Das liegt vielleicht tatsächlich dran, wie du schon sagst, dass so die Außenwahrnehmung wahrscheinlich an den paar erfolgreichsten Platten so ein bisschen hängt. Und erst wenn man eben weiter recherchiert und nachschaut, entdeckt man, was da halt noch alles eigentlich passiert ist an großartigen Dingen. Und jetzt sind aber gerade die beiden und vor allem auch die Marathon-Mann-Platte ja auch wirklich erfolgreich gewesen. Das ist, ich glaube, Platz 41 in den Charts mit dem Album. Und somit ist ja eigentlich, dürfte jetzt ja eigentlich dann auch bekannt sein, dass Redfields mehr ist als jetzt nur Metalcore in Anführungszeichen. Das hoffe ich. Ja. Aber wie gesagt, das war schon immer so. Also wenn man sich das anguckt, wir haben auch immer irgendwelche Punkrock-Sachen gemacht, Indie-Sachen oder auch deutschsprachig hatten wir ja auch schon vorher. Also von dem her, das war immer schon da. Wo holt ihr denn Bands so ab? Also an welcher Stelle das Prozess ist? So meine ich jetzt. Wie läuft das meistens? Kommen die Bands mit einer fix- und fertig-produzierten Platte zu euch oder steigt ihr schon vorher ein und seid im Prozess der Produktion und so weiter schon involviert? Also das ist sehr unterschiedlich. Das kommt eigentlich immer auf die Band an und den Stand. Also so von bis, in der Regel würde ich sagen, ist es schon so, wenn sich jetzt so ganz klassisch eine Band bewirbt oder wenn eine Band an einen herangetragen wird, dann haben die in der Regel schon ein nahezu fertiges Album aufgenommen, würde ich mal behaupten. Und ja, also das ist in der Regel meistens der Fall. Das ist sehr selten so, dass man schon ein paar Schritte vorher ansetzt und dann eigentlich zusammen nochmal was erarbeitet. und das ist dann eher sowas, wenn man dann am zweiten Album arbeitet, sag ich mal, dass man da schon sehr vermehrt dann in die Produktion mit einsteigt, aber auch da mehr berät und mal Hinweise gibt, sofern das gewünscht ist und eben nicht so, wie sich das vielleicht manche vielleicht vorstellen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie es bei anderen Labels ist, dass da dann, dass ich dann da ins Studio komme und die Single nicht höre. Also ich glaube, ich war fast noch nie, also ich glaube, ich war noch nie bei einer Band im Studio von uns. Und ja, da geht es dann ja eher darum, dass man mal so übergeordnete Hinweise gibt, dass man einfach so ein paar Connections macht mit Songwritern, mit Produzenten, mit Studios. Das ist so dieses Übergeordnete, würde ich sagen. Gibt es denn so ein paar, deiner Erfahrung nach, jetzt so ein paar Tipps, die man vielleicht zu allgemeinen Bands geben könnte, wo du einfach sagst, bestimmte, also abgesehen davon, dass euch die Musik gefallen muss und das natürlich, das ist eine authentische Kunst, der Künstler halt sein soll. Aber gibt es so ein paar Dinge, wo du sagst, das zieht sich schon so durch, bestimmte Dinge funktionieren eher gut oder weniger gut oder was kann eine Band in Anführungszeichen richtig machen, damit das auch funktioniert und für Labels interessant ist oder was kann man komplett, wo kann man komplett daneben liegen vielleicht? Puh, das ist jetzt eine gute Frage. Also was ich glaube ich schon mal wichtig finde, ist, dass man ehrlich ist und halt nicht versucht, sich so künstlich aufzublasen, weil, ja, da muss ich natürlich schon so ein bisschen angeben und sagen, ich mache das jetzt schon so lange. Also man merkt halt schon sehr schnell, wenn Dinge irgendwie nicht so passen. Also man braucht sich jetzt nicht so künstlich aufblasen. Und dann lieber finde ich es manchmal auch tatsächlich sehr sympathischer und sehr, auch sogar vielversprechender, wenn Bands sehr realistisch sind. Also wenn Bands sehr realistisch an Sachen ran gehen und sagen, du, wir wissen genau, das ist unser Status und wir wissen auch sehr genau, wo wir hin können und wir wissen auch genau, keine Ahnung, dass wir davon nicht reich werden oder wie auch immer, weil wir machen irgendwie Crustcore oder so. Und ich denke, so offen kann man dann auch sein. Und darüber hinaus finde ich einfach wichtig, dass man merkt, dass eine Band engagiert ist auf allen Ebenen und dass sie einfach weiß, was sie darstellt und darstellen will. Und ich glaube, das merkt man immer sehr schnell, wenn man einmal so nach links und rechts klickt. Ja, da kriegt man wahrscheinlich auch über die Jahre einfach ein Gespür dafür, wie du schon sagst. Ja, ein Gespür. Und tatsächlich muss ich aber auch sagen, ich habe oft auch das Gefühl, dass die Bands gar nicht so viel Mühe geben, wenn ich ehrlich bin, mit Bewerbung. Also so hart muss ich das leider runterbrechen, weil oft ist es dann so, dann kriegst du, na wie soll ich das sagen, das ist dann manchmal wie so, wie du dir das vorstellst, ein Kind räumt so sein Zimmer auf und schiebt alles unter das Bett. Und dann kommen halt die Eltern rein und sagen, ja, das sieht da super hier aus und bücken sich und gucken unter das Bett und da sieht es dann nicht so gut aus. So ist das ja aber manchmal bei Bewerbungen auch, wo du erst denkst, ja, das sieht da auf den ersten Blick gut aus und dann klickst du nochmal zwei Klicks weiter und denkst, oh Gott, oh Gott, ist ja jetzt doch nicht so optimal. Das fängt ja wirklich auch zum Beispiel auch mit dem Timing an. Also dass Bands sagen, die bewerben sich und dann haben die irgendwie schon zwei Videos selber veröffentlicht, zwei Singles. Das meine ich halt auch mit solchen Dingen. Das ist halt überhaupt nicht bis zu Ende gedacht. Da werden Sie jetzt aber vielleicht manche fragen, wieso, was ist verkehrt dran, wenn ich da Videos veröffentliche? Erklär mal das aus deiner Sicht. Wieso macht es Sinn, sich zu bewerben und gemeinsam ein Konzept vielleicht zu erarbeiten? Naja, es ist ja erstmal so, dass sich eine Band in der Regel, jetzt gehen wir davon aus, bewegt sich mit dem Album und wenn ihr natürlich schon irgendwie zwei Songs von dem Album veröffentlicht, dann ist natürlich dieser ganze Prozess auch definitiv schon angelaufen und da ist es dann mega schwer als Label da noch einzusteigen. Also erstmal hat man ja schon mal wahrscheinlich seine besten, unter Umständen seine zwei besten Songs als Singles verballert, sag ich mal. Und man muss aber auch gleichzeitig sagen, für uns ist das natürlich auch definitiv einfach mal so ein kurzer Check, wo die Band gerade steht. Denn im Grunde genommen ist es ja so, dass die Band ja anscheinend die Idee hatte, zwei Singles selber zu veröffentlichen und groß durchzustarten und das dann ja wohl auch nicht geschafft hat und sich deshalb bei einem Label meldet, um nochmal das zu korrigieren. Also das ist dann einfach auch so ein Grund, wo wir halt sagen, das ergibt für uns einfach alles überhaupt keinen Sinn, da jetzt so einzustellen, weil wir überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, irgendwo einzugreifen. Klassiker ist wahrscheinlich auch so, keine Ahnung, Platte ist gerade fertig oder wird gerade fertig und dann gibt es irgendwie in drei Wochen ist schon die Release-Show geplant oder irgend sowas. Ja, ja, genau. So, dann weiß man doch nicht mal, ob die Platten bis dahin da sind, geschweige denn kann man irgendwie Promo-Vorlauf oder irgendwas machen. Das sind wahrscheinlich auch so. Erlebst du wahrscheinlich auch, oder? Ja, klar. Also völlig klar. Aber das ist halt auch so ein bisschen, was ich dann auch meine, mit so ein bisschen einfach mal klug nachdenken. Ja, also das ist ja eigentlich, ich glaube, da muss man sich einfach nur mal in die Rolle des Anderen versetzen. Das versuche ich ja eigentlich auch immer. Also bei uns ist es ja auch schon so, jede Band, die sich hier meldet und das halbwegs vernünftig macht, also kriegt ja auch jeder eine Antwort. Außer ich bin da irgendwie in so einer Massen-E-Mail mit drin oder so. Dann spare ich mir das auch gerne, weil da hat sich jemand keine Mühe gegeben. In der Regel geben sich ja auch alle Mühe. So ist das nicht. Und verdienen ja dann auch wirklich, dass sie eine Antwort kriegen und dass ich zumindest auch mal reinhöre. Aber es wäre schon gut, sich einfach in die Rolle des Anderen reinzuversetzen. Das mache ich so quasi auf dem Weg ja auch, indem ich das respektiere, was sie da machen. Und nur wenn man sich in die Rolle des Labels reinversetzt, dann kann man vielleicht auch, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, sich denken, dass das einfach gar nicht aufgehen kann. Ja, total. Ich meine, weil du gerade sagst, alle kriegen eine Antwort, da musst du schmunzeln. Ich habe mir, jetzt muss ich kurz nachschauen, ich glaube, Episode 20 von eurem Podcast war es mit Chris von Innerlich Elvis. Der, glaube ich, im Podcast erwähnt hat, der hat sich mit seiner Hip-Hop-Band damals, hat er, glaube ich, bei 3P beworben und kam eine Drei-Wort-Antwort zurück. Musikscheiße, tschüss. Da muss ich kurz nachdenken. Ja, so machen wir es dann nicht. Nee, nee. Aber es ist eine andere Antwort. Ja, ich meine, ich habe ja auch gerne Antworten, wenn ich jemandem schreibe. Und da muss man ja auch nicht beleidigend werden. Nee, nee, absolut nicht. Aber es war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, naja, wenigstens hat er zurückgeschrieben. Aber das ist ein gutes Thema mit diesem einfach nett sein, auch jemandem antworten, wie du auch schon sagst, dich um die Bands kümmern, zu sehen, dass es allen gut geht. Du hast ja eingangs auch erwähnt, ihr nutzt ja auch eure jetzige Situation, die gar nicht so schlecht ist, wie bei manchen anderen vielleicht, um einfach Leuten zu helfen auch und so. Und das ist auch was, was man bei euch einfach merkt. Denkst du auch, dass das so ein Teil ist, auch nicht nur, weil ihr macht das natürlich gerne, aber denkst du auch, dass das ein Teil ist, der zum Erfolg von Redfields auch beiträgt? Weil mir ist zum Beispiel jetzt in der kurzen Zeit, in der wir uns jetzt kennen, seit dem Podcast und wir waren zwischendurch auch mal in Kontakt und so, ich habe mich so mega über so Kleinigkeiten gefreut und sowas vergisst man einfach nicht. So, keine Ahnung, die Waffel, die zu Weihnachten im Briefkasten lag bei mir oder diese Blumensamen, die dann kamen mit der Be Well-Karte und so. Also man merkt einfach, ihr macht euch echt Gedanken, ihr vergesst die Leute nicht, mit denen ihr in Kontakt seid und das ist einfach was, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Und da muss ich sagen, das würde mich wundern, wenn sich das nicht auch generell einfach auf die Wahrnehmung und alles, was ihr mit dem Label tut, so auswirkt. Und war gar nicht geplant, sondern einfach auf natürliche Weise. Ja, erstmal vielen Dank, also das freut mich sehr. Ja, danke dir. Ich habe mich gefreut. Was soll ich dazu sagen? Also es ist jetzt nicht so, dass wir solche Dinge machen, weil wir das irgendwie kalkulieren oder so. Also das ist schon, glaube ich, so, wir machen das, wo wir glauben, dass wir es selber auch gut finden würden, sage ich mal, wenn uns das jemand schickt oder dass wir natürlich auch an die Leute denken. Also definitiv. Also es gibt da nichts Schöneres, als ein funktionierendes, tolles Netzwerk zu haben, wo man sich mit Leuten austauschen kann. Das betrifft so Leute wie dich, genauso wie natürlich unsere Bands. Also wo wir ja auch sagen, dass so unsere Redfield Family, also das ist ja eigentlich unser ganz großer Wunsch und Ziel und das funktioniert ja auch gut, dass sich die Bands untereinander auch total gut verstehen oder gut, es muss sich nicht jeder mit jedem verstehen, aber zumindest so auf sachlicher Ebene extrem gut austauschen. Das ist eben nicht der, jeder quasi die gleichen Erfahrungen machen muss. Und ja klar, also natürlich wäre das dann ein Wunsch, dass das dann einfach in der Form wahrgenommen wird, dass die Leute einfach auch netter zu einem selber sind. Ja, genau. Das wäre schon mal gut, weil das bleibt leider in der Branche manchmal auch auf der Strecke und ist definitiv nicht schön, weil ich bin eigentlich auch jemand, der sich solche Sachen immer schnell zu Herzen nimmt. Genau, also dass man einfach, ja, aber ansonsten, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht so, nur weil wir das vielleicht machen, dass wir jetzt irgendwie die großen Deals kriegen oder was auch immer. Also das sehe ich nicht und das ist jetzt auch gar nicht so das Ziel. Es ist, glaube ich, eher so, es kommt von Herzen und es macht dann quasi, bereitet anderen eine Freude und uns dann ja am Ende auch und dann haben wir alle irgendwie einen guten Tag und eine gute Zeit und man versteht sich gut. Weil am Ende ist es ja so, das ist ja unser Job, das ist ja unser aller Job und dann ist es ja auch cool, wenn man so, wenn man da zu tun hat und sich einfach freut. Also es geht ja dann auch wirklich so, ich freue mich ja, dass ich mit dir sprechen darf. Ich freue mich auch, dass wir so eine tolle Anwältin haben zum Beispiel und wir uns auch super verstehen und gleichzeitig bin ich total froh, dass wir nicht viel miteinander arbeiten müssen. Und so macht es ja einfach Spaß, so sein Netzwerk zu haben mit den Leuten, die gerne auch mit einem arbeiten. Genau. Das ist dann wahrscheinlich das Resultat. Aber auch genauso gut andersrum. Also ich bin sicher, je mehr Waffeln und Grußkarten ihr da schickt, desto seltener siehst du die Anwältin wahrscheinlich. Ja, ganz gut. Ja, das ist tatsächlich so. Also wie gesagt, wir haben die auch echt lange und wir verstehen uns wirklich sehr gut. Und auf dem letzten Reeperbahn-Festival haben wir es endlich mal wieder gesehen und in den Arm genommen. Und dann meinte sie, du, ich war mir so ein bisschen unsicher, ob ich noch eure Anwältin bin, weil du dich nicht mehr meldest. So wegen Jobs. Und ich so, ey, ganz ehrlich, wir haben einfach nichts. Es ist alles gut. Ja, so kommt es auch rüber. Es ist einfach nur eine, ich wollte es nur gesagt haben, weil es mir wirklich total positiv aufgefallen ist. Und weil, wie du sagst, es nicht die Regel ist. Also es gibt einfach leider viele, auch bei uns in unserer ansonsten sehr tollen Szene, für die wir alle brennen und leben. Aber da gibt es halt leider auch manche Menschen, die bei weitem sich nicht so viele Gedanken machen. Und das fiel mir halt einfach toll, sehr positiv auf. Merkt man ja auch in deinem Podcast, so wenn man sich das anhört. Du machst es ja aus einem ähnlichen Grund, auch wie ich. Ich meine, dieses Rumtingeln mit Leuten sprechen, ja, nette Konversationen zu haben, immer wieder was zu lernen und so, das ist halt einfach, das macht halt einfach Spaß und erheitert einen so und macht den Tag halt einfach besser. Das stimmt. Ja, und man lernt halt viel. Das finde ich ja auch immer wichtig. Also ich habe das ja auch gemacht, weil ich wirklich auch lernen will. Also es ist ja bei weitem nicht so, dass ich alles weiß. Und das bringt einen ja auch wirklich voran. Gleichzeitig ist es ja so, es zwingt einen ja auch so ein bisschen mal, rauszugehen, mit Leuten zu sprechen, weil hier quasi auf dem Land, wo ich sitze, ist es auch gar nicht immer so einfach. Sprichst du auch einen Punkt, an den ich ansprechen wollte auch? Du bist ja jetzt auch nicht gerade mittendrin so bei euch, oder? Also wenn Melle, wo du bist, vielleicht habe ich eine völlig falsche Vorstellung, aber ich stelle es mir auch eher so vor, ähnlich wie wir hier jetzt, dass du wahrscheinlich schon so ein Stück fahren musst, bis richtig was los ist, oder? Ja, also wir sitzen so zwischen Osnabrück und Bielefeld. Das sind so die nähsten Spots, sage ich mal, wo ein bisschen mehr los ist. Ansonsten ist Melle einfach eine typische niedersächsische Kleinstadt wahrscheinlich. Flächenmäßig sehr groß, ungefähr 48.000 Einwohner mit all den Ortschaften drumherum. Und da interessiert sich aber niemand dafür, was ich mache. Das ist einerseits gut, andererseits schlecht. Da muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass man natürlich dann auch einfach noch am Zahn der Zeit auch bleibt, auch gerade am Zahn der Musikbranche. Aber kann es vielleicht sein, und deswegen frage ich, dass gerade das, wenn man es richtig angeht, ebenso wie du, dass gerade das auch ein Vorteil sein kann, und dass man gerade deswegen vielleicht eher am Zahn der Zeit ist, weil man gezwungen ist, das so zu machen. Also ich kann nur aus meiner Sicht sprechen, und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe auch nicht die Musikszene um mich rum, die groß genug wäre, um mich hier mit meinem Studio zu versorgen. Und so, ich musste mich von Anfang an woanders hin orientieren. Ich musste modernere Ansätze einfach verfolgen, musste viel online machen, viel remote machen, und einfach auch marketingmäßig ganz anders vorgehen. Wäre ich jetzt in einer Metropole irgendwie, hätte ich womöglich mich viel stärker so auf das, was unmittelbar an mich rum ist, verlassen vielleicht. Und ich denke mir manchmal so, vielleicht ist das so ein Teil des, in Anführungszeichen, Erfolgsgeheimnisses manchmal, dass man in so einer Situation gezwungen ist, es ein bisschen anders zu machen als andere. Siehst du das bei dir vielleicht auch? Ja, das kann sein. Also ich glaube, bei uns betrifft das vor allen Dingen also dieses Netzwerken, also dass man die Leute halt viel weniger sieht. Was so diese ganzen Wissensgeschichte oder moderne Ansätze angeht, glaube ich das jetzt gar nicht mal so. Weil da musst du dir die Dinge einfach irgendwo dann auch herholen. Und das geschieht dann in der Regel aus Magazinen oder Internet oder Podcasts, wie auch immer. Und in meinen Augen jetzt weniger so in diesem direkten Austausch, wenn man zum Beispiel auf Konzerten rumhängt oder was weiß ich. Für mich ist es halt einfach eher ganz cool, dass ich dann hier einfach, hier bin ich halt komplett raus. Hier kann ich so mein Ding machen. Und wie gesagt, am Ende ist es so, wenn ich hier, also hier in der Stadt, so klar wissen Leute, dass ich irgendwie was mit Musik mache, aber ansonsten, das interessiert halt niemanden. Und dadurch bin ich dann wieder, kann ich dann halbwegs okay dann von diesem Ding dann wieder Abstand nehmen. Und das ist ja manchmal auch ganz gut, wenn man einfach den Abstand hat und dann nochmal drauf gucken kann. Ja, das stimmt. Dieses Nicht-Verstehen, was man macht so in der Szene oder wenn man so einen Job hat, das ist wirklich Tatsache. Ich glaube, selbst meine eigene Oma fragt mich immer noch von Zeit zu Zeit, ob ich nicht doch irgendwann einen Beruf noch machen will. Aber du hast es ja noch einfach, weil mir wird immer gesagt, wen ich den als nächstes Mal im Studio habe. Und dann versuche ich mir zu erklären, ich habe ja gar kein Studio. Von dem ich glaube, glaube ich Leute, die ein Tonstudio besitzen, die haben schon einen extrem guten Vorteil, dass sie sehr gut darstellen können, was sie eigentlich machen. Stimmt, so habe ich es doch gar nicht betrachtet. Stimmt, wie erklärt man jetzt ein Label? Das ist nochmal irgendwie, stimmt, ja. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz fragen, ich habe es vorher kurz erwähnt, mit diesen, was hat es mit den Waffeln auf sich? Ich muss kurz diesen Sprung machen, bevor ich es vergesse. Aber was hat es mit Waffeln auf sich? Ich habe das öfter gesehen bei euch. Ich muss jetzt wissen, was da los ist. Ja, was da los? Also Waffeln sind einfach total köstlich. Also ich muss, ja, wir mögen halt Waffeln. Also was soll ich dazu sagen? Also, ja, das fing halt irgendwann einmal so an, dass wir gedacht haben, das sollte eigentlich die ganze Welt wissen. Also, war schon von klein auf, total fasziniert von der Waffel. Also, ein köstliches Gebäck. Und, irgendwann hat sich das dann, hat das ein sehr dynamisches Eigenleben entwickelt. Und, ja, ist dann am Ende, wenn man das jetzt mal so runterbricht, auch letztendlich natürlich, ein gutes Marketing- oder Promotion-Tool, aber auch das kommt extrem von Herzen und mit absoluter Leidenschaft, ja. Ja, total, es macht Spaß zu sehen und ich muss immer wieder mal schmunzeln. Es gibt ja Waffel-Variationen, davon hatte ich ja keine Ahnung, so diese, was ich da alles gesehen habe, diese Waffel-Lollis oder was das sein soll, so was ich, also alle möglichen Sachen. Ja, ich kann mich da auch nochmal mit Fachliteratur unter Umständen versorgen. Ich stehe zu Hause. Ohne Scheiß jetzt oder was? Ja, selbstverständlich. Ihr meint das ernst mit den Waffeln, ne? Ja. Ja, klar. Ja, ihr habt ja den Waffel-Wednesday ins Leben gerufen, so. Ich weiß nicht, ob wir ihn ins Leben gerufen haben, aber... Oder wird aufgegriffen. ...glaub ich, auf die, auf die Social-Media-Seiten gebracht, ja. Ja, ja, Was bestimmt jeden interessiert ist, was gibt es denn momentan bei Redfield jetzt so in Planung? Also wie, abgesehen davon, dass es eure Umstrukturierung jetzt bisher euch so gut durch die Zeit gebracht hat und generell euch nicht gut, nicht geschadet hat. Sag jetzt mal, wie seht ihr denn jetzt in die Zukunft? Also wie sieht es aus? Was plant ihr im Moment? Kann man überhaupt irgendwas planen gerade? Ja klar, also planen kann man immer und ich glaube auch in so einer Phase, gut, ich kann mich da so ein bisschen leichter aus dem Fenster hängen, als jemand, der vielleicht PA-Verleihler ist oder so und ich sehe halt, ich versuche halt überall die Chancen erstmal zu sehen und natürlich gibt es ja immer Zukunftsthemen und die muss man angehen. Darüber versuchen wir sehr viel nachzudenken und wenn du sagst, Umstrukturierung, das ist ja letztendlich, strukturieren wir uns seit 2001 um. Also das ist ja auch nie fertig. Es ist jetzt eigentlich so, dass durch gewisse Entwicklungen und gewisse Tools, die so auf den Markt dann kommen oder sich etabliert haben, dass manche Dinge vielleicht ein bisschen schneller passieren und insbesondere auch so meine Wahrnehmung für gewisse Dinge dann auch nochmal, was ich in den letzten ein, zwei Jahren glaube ich, nochmal so noch fokussierter, fokussiert hat und intensiviert hat. Und was so die Zukunftsthemen sind, ist definitiv, dass wir weiterhin gucken wollen, wie man effektiver arbeitet, also gerade in der Musikbranche, auch wenn die vielleicht immer so tut. Ich würde behaupten, die ist noch teilweise sehr oldschool unterwegs und ich will halt bestimmte, sehr simple Prozesse noch mehr vereinfachen und vielleicht sogar automatisieren, also die unsere Arbeit letztendlich erleichtern, aber was natürlich, oder was eigentlich jeden immer antreibt, auch gerade für die Zukunft, sind die Themen Promotion, Marketing, sowie dann halt Vertrieb. Und das sind eigentlich so die großen Zukunftsthemen, dass man gucken muss, wie geht man mit Vertrieb um, was ist sinnvoll, wie geht man beispielsweise mit einem Player wie Amazon um, wie geht man um mit Themen wie Direct to Customer, also wie, dass man selber an den Fan verkauft, als Label, als Band, Thema Promotion, Marketing ja auch, also inwieweit braucht man noch die klassischen Medien und wie kann man als Band selber sehr wirkungsvoll Marketing machen, Promotion machen und das sind glaube ich so ganz, ganz entscheidende und wichtige Themen, wenn du die beherrschst oder versuchst zu verstehen und voranzutreiben, dass man dann definitiv auch sehr effektiv arbeiten kann, einfach. Okay, auf alle Fälle, also kein Stillstand, der auch jetzt in dieser Zeit bei euch, ganz im Gegenteil. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also wie gesagt, also ich sehe da jetzt auch wirklich die Chance und im Grunde genommen sagen ja dann auch, gerade digitale Experten oder wie auch immer, sagen dann auch, dass im Grunde genommen diese Corona-Krise, die gerade auch die Digitalisierung letztendlich ja sogar beschleunigt oder bestimmte Dinge maximal beschleunigt. Also das ist so eine Entwicklung von, weiß ich nicht, fünf Jahren in einem Jahr stattfindet oder so und das wird sich mit Sicherheit auch auswirken auf diese Themen, die ich eben nannte. Also das ist ja eigentlich völlig klar und auch da letztendlich muss man das ja auch immer wieder runterbrechen auf, wie ist denn die Rolle eines Labels noch in ein, zwei, drei, fünf Jahren. Das sind ja auch Themen, mit denen wir uns beschäftigen, müssen. Wir können ja jetzt auch nicht ewig darauf hoffen, dass wir ein Label sind, so in dem klassischen Umfeld, wie wir es aktuell sind. Sprechen wir doch da kurz drüber, wo siehst du dich denn oder ihr euch denn als Label dann in, sagen wir mal, drei bis fünf Jahren oder worin besteht dann der Mehrwert für jetzt eine Band, für den Hörer, der jetzt vielleicht zuhört und sich denkt, brauche ich eigentlich ein Label? Brauche ich das heute noch? Brauche ich das in Zukunft? Auf die Frage habe ich natürlich jetzt nicht so genau die passende Antwort, aber also auf die Frage, wo ich das in zwei, drei Jahren sehe. Auf die Frage, ob man ein Label braucht, antworte ich und zum Erstaunen von eigentlich allen, die mich fragen, natürlich brauchst du kein Label. Also brauchst du auch kein Studio. Weißt du, du brauchst auch keinen Tourmanager und du brauchst keinen Backliner. Du kannst alles selber machen. Du kannst auch dein Brot selber backen, musst nicht zum Bäcker gehen. Die Frage ist ja auch immer nur, wer kann es alles besser oder kannst du es besser oder kannst du es gleich gut und ist es effizienter oder auch dann, wie sieht es von den Kosten aus? Also musst du immer gucken, Pro und Contra. Also von dem her denke ich schon, ein Label hat am Ende in gewisser Weise, zumindest so wie wir es betreiben, würde ich behaupten und dazu möchte ich sagen, ich habe nicht so viele Einblicke, was andere machen. Also wie wir es machen, weiß ich, wir geben definitiv einen Mehrwert mit rein und natürlich ist dieser Mehrwert, dass wir einfach ein zusätzliches Teammitglied sind. Wir können, haben ein Netzwerk, wir können beraten, wir haben gewisse andere Ressourcen, finanzielle Ressourcen, die wir mit einbringen können und natürlich haben wir ein Vertriebsnetzwerk und eine Struktur, die, und ich glaube, da muss man auch nicht lang mit dem heißen Brei rumgehen, sicherlich im Laufe der Zeit immer schwächer werden könnte. Also wenn es darum geht, jetzt Sachen nur verfügbar zu machen auf Spotify oder im Digital, das kann natürlich auch eine Band heutzutage oder eigentlich jeder heutzutage selber machen. Ob es dann, dann ist wieder eigentlich so die Frage, wer ist am schnellsten an gewissen Entwicklungen dran in den Themen, bei den Insights, wer hat nochmal vielleicht einen direkten Kontakt zu Spotify, gerade jetzt Playlisten in ein Riesenthema und, und, und. Und solche Themen, die haben wir dann natürlich schon nochmal anders auf dem Schirm, die mehrere Releases im Jahr machen, als vielleicht die Band, die ein Releases in zwei Jahren macht. Und das betrifft nicht nur digital, sondern auch, wie gesagt, den physischen Vertriebsweg, der meines Erachtens, ja, also der wird in den nächsten zwei, drei Jahren oder fünf Jahren auch nochmal sich weiterhin stark verändern. Ja, total. Da gehe ich auch davon aus, aber wie du auch so richtig sagst, da geht eine Tür zu, geht die andere auf und man muss halt einfach mal sehen, was dran ist. Du hast das Thema Playlisten angesprochen, das haben mich tatsächlich im Vorfeld jetzt auch ein paar Leute gefragt, dass ich da auch bei dir nochmal nachhaken soll. Das ist nämlich wirklich ein Dauerthema, dass ich auch ständig gefragt werde und so, weil es einfach so ein Instrument ist, dass das wichtig ist. Wie kommt man denn in populäre Playlists als Band? Wie funktioniert das? Ja, das funktioniert einfach so, dass Spotify dich da reinpackt, ne? Ja, also ganz ehrlich, das ist ein Dauerbrenner, aber da muss ich dann auch immer sagen, so ey, ganz ehrlich so, mach doch irgendwie mal alles andere auch. Also eine veröffentlichte, eine Kampagne hängt nicht davon ab, ob du jetzt in irgendeiner Playlist von Spotify, also der Erfolg hängt nicht davon ab, ob du in einer Playlist bist oder nicht. also das ist halt irgendwie auch ein bisschen Augenwischerei in letzter Zeit und dann hast du halt vielleicht auch viele Plays, aber ich meine, da musst du dich nur mal umgucken und das muss ich wirklich nochmal so in aller Vehemenz sagen. Also bei den allerwenigsten Bands zahlt sich das ja am Ende aus. Also das zahlt sich natürlich monetär in gewisser Weise aus, aber wenn du eine Single hast, die vier Millionen mal angehört wird und dann hast du der zweite Song da drunter, der wird sich dann 20.000 mal angehört. Da musst du dir doch auch als Band die Frage stellen, was das am Ende gebracht hat. Also jetzt mal ganz ehrlich so. Das klingt zwar immer ganz toll und das meine ich zum Beispiel auch mit dieser Wahrnehmung, wenn sich Bands bei einem bewerben. Das ist alles cool. Also das ist ja jetzt nicht schlecht, aber trotzdem ist das ja weit davon entfernt, dass du in gewisser Weise Erfolg hast. Das ist ja einfach nur abhängig davon, ob da irgendwo ein Spotify, Editor dich auf diese Playlist gepackt hat. Dann musst du dir nämlich nochmal angucken, wie ist denn die Skiprate zum Beispiel und, und, und. Oder wie sieht es aus auf Facebook, wie sieht es aus auf anderen Kanälen. Und dann relativieren sich manche Dinge vielleicht dann auch noch mal recht schnell. Oder um jetzt nochmal so ein bisschen auf diese Frage zurückzukommen, wie kommt man in eine Playlist, ist es so, natürlich, das kann man ja auch letztendlich recherchieren und das ist ja auch kein Geheimnis. Spotify wertet einfach sehr viele Daten aus, um sich dann so in gewisser Weise ein Bild zu machen, wie diese Band dasteht, was das natürlich auch so ein bisschen für Musik ist, um das auch selber nochmal mit Metadaten zu kategorisieren. Und dann wird aufgrund dieser Entscheidung zum Teil ja auch dann manuell ausgewählt, ob eine Band dann in eine Playlist kommt oder nicht. Und jeder, der einem wirklich garantieren möchte oder garantieren kann, dass er, also, dass er dich in eine Playlist packen kann, also das hat meiner Meinung nach nichts mit irgendwie einem seriösen Auftreten zu tun. Es sei denn, er ist selber Spotify-Editor der jeweiligen Playlist, wahrscheinlich. Die können das dann noch sagen, aber ansonsten ist das ja einfach, Glücksspiel ist das falsche Wort, aber man hat ja teilweise dann nur nochmal andere Einflüsse, auch als Label oder bei Digitalvertrieb. Ja, aber es gibt einfach nicht diese eine Formel. Also das muss man ganz klar so sagen. Die gibt es nicht und da sollte man sich auch nicht zusammen mit aufhalten oder auch zu sehr runterziehen lassen, wenn es mal nicht klappt. Absolut. Und das, was du jetzt am gegen Ende gesagt hast, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil das eine so wichtige Message ist. Es gibt nämlich auch ganz viele sehr zweifelhafte Unternehmen und Unternehmer draußen, die Bands eben solche Pakete verkaufen und die eben sagen, du kriegst so und so viele Streams, so und so viele Plays, die praktisch in die und die Playlist und so weiter und dafür ein Heidengeld verlangen und das ist eben was, wo man auch wirklich auf die Nase fallen kann. Ich meine, das kann man recherchieren und manchmal ist es auch sehr offensichtlich, aber ich glaube, für viele Bands sieht es manchmal vielleicht ganz verlockend aus, so ein Angebot. Und jetzt ist es nochmal zu hören von dir, dass es eigentlich, wenn derjenige nicht selber oder diejenige nicht selber bei Spotify sitzt und die Playlists macht, dass die eigentlich gar nicht so viel in der Hand haben. Ja und wie gesagt, am Ende, man muss sich halt auch immer fragen und da muss man sich das Gesamtpaket einfach mal angucken. Wo will ich denn überhaupt hin als Band? Wenn du einen Song dann durch, durch was auch immer, durch Zufall, Glück oder auch erkauft in gewisser Weise, wenn das denn möglich ist, in so einer Playlist hast, also was machst du dann damit? Also du kannst dann irgendwie zwei Jahre lang sagen, wir sind die Band, die diese 40 Millionen Plays auf unserer Single hatten. Ja gut, aber deshalb werde ich euch trotzdem nicht signen können, weil das heißt wahrscheinlich auch nicht unbedingt, dass jemand auf deinen Song wartet. Also das ist halt so, das Gesamtbild muss stimmen. Was ist denn dann so ein nachhaltigeres Konzept oder nachhaltigeres Paket, wo du sagst, da haben wir jetzt nicht 14 Millionen Streams auf einer Single, sondern das ist was, was vielleicht der Band auf längere Sicht gut tut und das einfach, ja, nachhaltigeres Konzept ist und wirklich was bringt für die Band? Ja, das ist sehr schwierig so runterzubrechen, weil man das wirklich von Band zu Band sehen muss. Da gibt es letztendlich auch so viele Beispiele. Man kann das auch nicht an Zahlen immer so festmachen. Also ich, dafür habe ich immer ein gutes Beispiel, was zum Beispiel eigentlich von fast allen Bands, muss ich ehrlich sagen, leider sagen, unterschätzt wird, ist das Thema Newsletter. Was ja in der Marketingwelt einfach, dass das Tool schlechthin auch irgendwie ist. Und da sage ich dann auch den Bands immer, ey, fang doch einfach damit an. Am Ende ist es doch so, wenn du 100 Leute im Newsletter hast und du launchst dann irgendwie ein neues T-Shirt oder ein neues Produkt oder wie auch immer und dann kaufen 50, 50 Leute aus dem Newsletter kaufen das. Das ist ja gigantisch. Was ist denn das für eine Rate? Und du kannst dich darauf verlassen, dass du da Fans drin hast, die relativ egal, was du machst, dann bestimmter Prozentsatz, die kannst du immer aktivieren, ansprechen, ohne einen Mittler dazwischen, ohne einen Facebook, ohne einen Google oder wie auch immer. Dann ist das doch viel besser, als wenn du da 1000 Leute drin hast und da bestellen dann vielleicht mal 5. Also das sind so, und immer kann man das nie so runterbrechen. Am Ende geht es halt für uns immer ganz stark eigentlich darum, zu gucken, was ist diese Band? Also was zeichnet diese Band aus? Wie kann man die Stärken der Band darstellen? und einfach ein richtig rundes Gesamtpaket machen? Und es geht ja darum auch, bevor man sich jetzt mit irgendwelchen Images und Brands und Corporate Identities beschäftigt, ey, erstmal gute Musik machen. Ja, genau. Word. Und da, wie gesagt, da glaube ich wirklich dran. Und das würde ich auch sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es Bands gibt, die schlechte Musik machen, aber ich glaube, wenn man sich so ein bisschen alte, ältere Musik anguckt, mit der man sehr stark zu tun hatte, mit der man vielleicht auch mit denen dann auch gearbeitet hat, dann kann man vielleicht, weil man dann vielleicht unter Umständen diesen Anfangsenthusiasmus gar nicht mehr so hat, dann kann man vielleicht doch auch nochmal recherchieren oder so für sich so analysieren, okay, wahrscheinlich hat das dann auch nicht so gut funktioniert aus den und den Gründen, weil es war vielleicht doch nicht so gut oder es hat sich doch nicht so herausgestellt, die Musik. Die war ja nicht so herausragend oder wie auch immer. Also ich glaube halt schon, keine Ahnung, so ein, was weiß ich, jetzt so ein bisschen blödes Beispiel, wenn du Smells Like Teen Spirit geschrieben hättest, da kannst du einfach nicht viel falsch machen. Der Song kommt irgendwo raus, du bist irgendeine Band und dann wird sich das durchsetzen. Also glaube ich schon. Und ich finde es ehrlich gesagt manchmal erstaunlich, wie Bands, gute und auch große Bands dann teilweise auftreten, wo ich denken würde, boah krass, also dass das jetzt so relativ simpel alles gemacht wird und dass es dann auch trotzdem so gut funktioniert, das muss man auch wirklich sagen. Also das ist schon die Essenz. Mach erstmal geile Songs und dann wird sich der Rest schon sehr schnell fühlen. Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass es jetzt wieder vielleicht so eine Wende so ein bisschen in die andere Richtung gegeben hat in letzter Zeit, dass, ich glaube einfach, Leute sind so an dieses aufgeblasene und diese Produktionen, die großen, also auch videomäßig und visuell und alles, was halt Bands jahrelang gemacht haben und man ist da so dran gewöhnt mittlerweile, dass es schon direkt erfrischend ist und einfach mittlerweile so teilweise besser ankommt, einfach nur Leute zu sehen, die sich ihr Handy vor das Gesicht halten und ganz normal reden mit den Menschen und das keine große, also ich meine, das machen auch viele und wird auch nervig, aber ich glaube einfach tatsächlich, dass diese Authentizität und gute Musik halt einfach, also das Kernprodukt und dann einfach authentische Menschen dazu mittlerweile wieder besser funktionieren, weil man sich an dem ganzen Gebilde außenrum, dass man es jahrelang so gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen satt gesehen hat und also weiß ich nicht, aber ich denke, ich selber stelle fest, dass ich teilweise zum Beispiel auch wenn Bands Werbung schalten oder Labels Werbung schalten für Platten oder wenn Bands Teaser für irgendwas raushauen oder sowas, dann fallen mir manche sehr gut gemachte Sachen natürlich auf, aber vieles skippe ich einfach schon, weil mir in den ersten zwei Sekunden klar ist, dass es eine Werbung oder das ist irgendwie für mich uninteressant, wenn aber irgendwie was völlig Authentisches kommt, was einfach so auf natürliche Weise in meinem Feed auftauchen könnte, dann stolpere ich da drüber und merke erst, während ich das höre, dann so, dass es tatsächlich eigentlich was beworben wird oder eigentlich was ist, was von der Band zu tun hat und dann denke ich mir so, krass, das hat mich jetzt mehr gekriegt und jetzt habe ich den Release eher auf dem Schirm als diese aufgeblasene Clip von vorher und dann, keine Ahnung, also ich denke, die Musik klar, das Allerwichtigste und das Produkt, aber auch dieses ehrlich und authentisch sein und dass es auch funktionieren kann, ohne die ganz große Maschine manchmal anzuwerfen, das schadet nicht, aber es ist vielleicht nicht unbedingt Voraussetzungen. Definitiv, aber das ist es ja eigentlich auch schon immer gewesen, denke ich, also das kann man ja durchaus auch vergleichen mit vielleicht normaler Fernsehwerbung oder wo auch immer, wenn du jetzt sehr kreativ an die Sachen rangehst und eben nicht das machst, was jeder andere macht, sondern eben diese guten Ideen hast und dann wird das einfach meines Erachtens in gewisser Weise auch funktionieren und das ist zum Beispiel, kann ich sagen, eigentlich auch mit unser Job, dass wir gucken, wie kriegen wir das authentisch hin, also das sagt sich halt immer so leicht, aber manchmal muss man ja den Künstler dann auch einfach so ein bisschen in die Richtung bringen, dass er einfach feststellt, ey, aber das bin ja eigentlich wirklich ich und ich bin jetzt gar nicht so dieser andere, was ich meine zu sein und gleichzeitig halt diese kreativen Ideen mit reinzubringen, die heutzutage einfach so wichtig sind, wenn du halt in Richtung Selbstpromotion auch denkst, eine gute Geschichte zu erzählen, weil am Ende geht es ja doch darum, das kann man runterbringen, die Leute wollen ja gut unterhalten werden, also da ist es ja unabhängig davon, ob du Hardcore machst oder Dance oder Pop oder was weiß ich, das muss die Leute ja in gewisser Weise emotional mitnehmen und unterhalten, so, wenn man das so vereinfacht sagen kann und dann musst du bei den Leuten dann irgendwie, musst du irgendwie rankommen, so, ne, dann musst du irgendwie die ansprechen können. Absolut. Ja, super, dass sich jetzt gegen Ende auch der Kreis schließt und wir wieder bei der Musik eigentlich ankommen, weil wir sprechen natürlich viel über Marketing und Label und Vertrieb und das ist ja das, was ihr eben macht, aber letztendlich geht es halt um diesen einen Kern, den wir alle so lieben und um den sich alles dreht und ja, das ist wirklich wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen. Also ich denke, es war mega informativ und vollgepackt mit allen möglichen Sachen, die sehr wertvoll für Bands sind. Jetzt will ich dir aber auf alle Fälle Gelegenheit geben, was steht denn demnächst so an bei euch, bei Redfield? Was gibt es an momentan, was du so raushauen kannst oder wo man die Leute hinschicken könnte? Tatsächlich muss ich natürlich jedem empfehlen, der Podcast hört, einmal beim Redfield Podcast reinzuhören. Absolut. Also das wäre natürlich ein Herzensanliegen, aber ansonsten steht natürlich jetzt bei uns an, dass wir weiterhin, also im Moment bereiten wir relativ viel vor. Also wir haben auch relativ viel Singles-Releases, Single-Releases und dann auch von Philosopher, es geht so Richtung Trap, dann Off Colors, also richtig moderner Metalcore oder auch der Disaster Area, die auch so sehr modern Metal, Metalcore auch spielen. Also das sind so die Themen, die wir gerade betreuen. Aber was auch gerade sehr groß ist und sehr wichtig ist, ist die Alex Mofa Gang, mit denen machen wir zusammen ein Live-Album. Das wird auch eine richtig, richtig schöne Sache. Das ist auch quasi, der Vorverkauf ist schon angefangen und so, da kommt Ende Juni, kommt ein Live-Album raus. Das ist auch quasi eine Herzenssache von uns, die wir gerne unterstützen wollen, weil die Band ja auch, weil der Band ja auch sehr viele Dinge gerade wegbrechen, also sehr viele Shows natürlich. Das sollte eigentlich ein guter Festivalsommer für die Band werden, wie für fast alle Bands. Ja, wir bereiten mit Marathonmann jetzt auch weiter Sachen vor. Also Gründer, wir sind mit allen Bands im Gespräch, wie man so weitergeht und für den Sommer kann ich schon mal direkt vorausschicken, da planen wir gerade noch etwas sehr Bombastisches. Das musst du jetzt so stehen lassen, oder? Das lasse ich jetzt so stehen, genau. Alles klar. Ja, ist super zu hören, dass man überhaupt bombastische Dinge momentan plant. Das ist ja eh schon ein Grund zur Freude. Ja, halt uns da auf dem Laufenden. Ich halte die Leute auch auf dem Laufenden, wenn ich da was höre. Ich kann mich nur anschließen, hört unbedingt in den Redfield-Podcast rein. Ich mache das regelmäßig und es ist großartig. Super coole Gäste. Es gibt auch viele Überschneidungen mit meinem Podcast hier. Das heißt, wenn euch ein Gast bei mir gefallen hat, wenn du ein Interview toll fandest, dann kann das sein, dass der vielleicht auch beim Redfield-Podcast war und dort aber ganz andere Sachen erzählt hat. Deswegen ruhig auch da reinhören. Euse zum Beispiel, ich muss es erwähnen, weil es einfach immer noch der Dauerbrenner ist unter meinen Episoden. Der ist immer noch an der Spitze, da kann kein Joey Cape ran. Also der Euse ist immer noch auf Platz 1 der Podcast-Charts und das seit über einem Jahr mittlerweile bei mir. Der war auch bei Alex zweimal schon mittlerweile. Also einmal Solo und einmal in der Corona-Spezial-Episode. Super unterhaltsam, unbedingt reinhören, super informativ auch. Ja, kann mich noch anschließen. Macht das, abonniert den Podcast, hört da rein und checkt die Releases aus, die Alex gerade angesprochen hat. Und ja, das bombastische Ding im Sommer, da werde ich dranbleiben und euch informieren. Ich denke so im Juli. Okay, alles klar, jetzt schon konkreter. Wollt ihr ein Newsletter eintragen? Natürlich, ein Newsletter eintragen. Wir haben ja auch ein Newsletter. Sind wir schon wieder dabei, na klar. So ist es. Ja, ich glaube, diese Woche haben wir tatsächlich vielleicht die ein oder andere Band konvertiert, weil ich hatte ein anderes Interview noch mit einem anderen Podcast mit der Bandshow und da hatten wir es auch darüber. Da habe ich auch die Empfehlung ausgesprochen, dass Bands doch auch E-Mail-Marketing nutzen sollten. Und jetzt hast du es nochmal eindringlich erwähnt. Vielleicht haben wir zwei Bands konvertiert die Woche, die das jetzt machen. Ja, ich bin gespannt. Übrigens, die Bandshow finde ich auch echt gut. Also ich habe mir deine Folge noch nicht angehört, aber der Schlagzeuger von Marathonern, Jo Scher, der war ja schon da und ich habe mir noch so zwei, drei andere Sachen angehört. Also finde ich auch ein sehr, sehr gut gemachter Podcast. Also auch da Empfehlungen mal reinzuhören. Also ich finde es schön, dass sich das jetzt gerade auch so entwickelt in der, ja, wenn man so will, Musik, Branchen, Musikszene, Podcast-Welt. Total. Ja, Shoutout genau an diesen Podcast auch. Blättert am besten einfach mal die ganze Kategorie durch, weil hier so alle möglichen anderen Freunde von uns haben da mittlerweile auch Podcast und das ist einfach cool zu sehen und genau, hört das alles an. Danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und ja, war schön, sich wieder mal auszutauschen. Ich hoffe wir, oder ich weiß, wir bleiben bestimmt in Kontakt und mit Sicherheit. Genau. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit und dass ihr weiterhin gut durchkommt und das macht, was ihr macht. Vielen Dank und alles Gute, genau. Ciao. Ciao. Jawohl, das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Ich denke, es ist auch mal super zu sehen, wie es hinter den Kulissen eines modernen Labels so abläuft, da mal ein paar Einblicke zu kriegen. Ich hoffe, du konntest dir einiges rausziehen und es war Informatives und Wertvolles für dich dabei. Die Shownotes zu dieser Episode findest du wie immer unter benedikthein.com slash ORP45 und benedikthein.com ist auch die Website, wo du dich über meine Mixing-Services und das Studio, das ich betreibe, informieren kannst. Wenn du demnächst eine Veröffentlichung planst, für die du richtig dicken, organischen, aufregenden Sound brauchst und auf der Suche nach einem Mixing-Ingenieur bist, lass uns über deine Musik sprechen. Drück den Button auf der Homepage, füll das Formular aus oder schick mir direkt eine E-Mail und lass uns drüber quatschen, ob und in welcher Form mein Team und ich dir helfen können, den Sound für deine nächste Platte zu definieren, der deine Band nach vorne bringt. Ich freue mich, von dir zu hören. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.